Hallihallo und Willkommen zum Tode von Luther Kings, nein, äh, unser Tode, nein, ich hoffe nicht. Willkommen bei Luther Kings. Meine, ich rieche jetzt, ja, ich rieche jetzt nach Babypopo. Ich rieche jetzt nach Babypopo, das ist Gesichtscreme für Babys. Die hat kein Parfüm drin. Für meine rollige Nase. Ja, oder so ähnlich. So, komm, Rollen tut sie nicht. Nicht, dass ich wüsste. Nö. Unsere Rollen würde ich mir Gedanken machen. Au, nein. Ihr schießt, Magier. Auch? Ah so, Magier. Alle müssen deine, aua, die treffen uns hier können sein. Die Magier treffen, ja. Ich meine, hier schießt sie auch. Au, au, aua. Nee, die Käfer... Alter! Die Käfer... Alter! Ja, die Käfer sind ätzend. Das sag ich dir auch mal. Meine Ulti ist aber jetzt gerade nicht bereit. Warte aber. Aber jetzt. Oh, ein, 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 ein Schuss noch und ich bin platt. Ich nicht. Warte. Besuch doppelt, also doppelt Space. Wenn der ganz nah ist. So nebenbei. So platt. Nein, so. Für nämlich nichts mehr. Ja, nix mehr. Ich auch richtig. Also so ein Tipp von mir, da kommt es nämlich auch über die Ratten und so drüber. Nebenbei. Ganze, äh, Yields setzen. Ja, klar. Warte, hier, bitte. Ja, warte, komm. Wo bist denn du, Alter? Da. Ich hab da extra eine hingepflanzt. Eine Powerpapie. Alter, was war das? Ach so, Kater. Hä, der Spinner. Ich seh' einen Pilz, wenn du noch einen brauchst. Einen? Ja, hier gerade durchsicht. Einen? Ja, ich seh' gerade einen Pilz. Einen? Boah, ganze Pilz, äh. Warte, ich setz' dir noch einen. Pilzlandschaft brauch ich. Bitte schön. Ich hab' dir einen gesetzt und da ist noch einer. Du sollst vielleicht auch mal. Ja, komm, erst du mal. Ich glaub, du bist sogar voll. Das kann sein. Ich sag' ja, wir sind so gut wie tot. Ja, also, diesmal haben wir echt blöde Gegner. Gegner sind immer blöd. Nein, manche Gegner sind total einfach. Da stehst du und dann zack, 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 zack und weg. Sind wir beide wieder voll? Ja. Da hinten haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Dann nehmen wir erst die Tür. Ach so. Die bringt voll Pech wahrscheinlich. Also, wie das ist es? Das ist eh deine Schuld, das weißt du jetzt schon. Ja, ja, das weiß ich. Ist auch nicht schlimm. Ich bin gerne schuld. Ich will da nicht rein. Ich auch nicht. Triffst du nicht, ne? Du stehst doof. Ja, ich versuch's zu verbessern. So, geht das so? Ja. So treff ich. So, komm mal hier. Ha! 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 Gut von mir, hä? Nee, ist gut. Das war nicht, wie ich da hochgekommen bin, aber der war gut. Hä? Ich kenn den Raum gar nicht. Den hat man noch nie so. Ich glaub schon. Ich mein nicht. Ach, da sind noch ein paar. Warte mal, sammeln die mal ein bisschen. Sind ja nur zwei. Das sind Bodenkriecher. Was ist der andere denn hin? Ich seh den nämlich nicht mehr. So. Klappt? Ja, scheint so. Ja, ich hab das nachher nicht mehr gesehen. Also zwischendurch hatte ich eine beschönte Sicht. Beschönte Sicht? Nee, aber so hatten wir das noch nie. So in der Mitte. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wir hatten ja auch noch nicht alle Variationen. Da gibt's ja weiß ich nicht wie viele. Weiß nicht. Aber hier sind viele Pilze, aber ich brauch keinen. Ja, jetzt brauch ich im Augenblick auch keinen, aber wir wissen dann, wo wir welche finden. Für das war hier losengleich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah am Mikro gehe, dass der gleich eingeschmiert ist. Weiß nicht, wo das ist. und holen und grüß was gespielt was gewählt hieß schmuck ist es glücklich ist oder ein spukes weg und später kam es nur ja nicht das sind spukin und spukin sein also das ist das Problem gilt hoch kommst du mir Jo Alp-Vorpiesseu im Ohr wo kommst denn du her da fällt mir das Lied von wie hießen die Nummer ah die aus dem Osten will sie mich drei oder so was niemand oder irgendwie sowas das ist aus dem Osten was ich was soll ich denn das wissen ich weiß nicht die waren auch cool die fand ich auch lustig die haben nur ein Lied rausgebracht aber es war voll cool wissen wir nicht mehr wie das hieß es gibt Sachen das sind so meine Jugend zünden und kommt auch Prozent das Geld hieß Magier die bis jetzt habe ich noch nichts anderes zu sehen reichte auch bei ihm gesetzt man Bartelsberg ich sage ich eigentlich immer das ist die Kulti und die Kulti es ist die Kulti ich bestimme daran dass mir wie auch so viel achten wir wie und natürlich aber auch so viel Spaß macht im Moment es ist die W.O.W. also manchmal ist das auch blöd muss ich ganz ehrlich sagen wenn du so 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 cheater oder so so bug user mit drin hast ja wie ich letztens ja die Farbe da ja 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 aber auch so cheater oder die so tools nutzen oder so keine ahnung ja das ist so doof mittlerweile zwar werden die gebannt aber ja gewandt sind oder herausgefiltert sind dauert ja auch mal ein bisschen ist immer schade ich bin das so ein echt geiles spiel macht voll viel fun auch wenn ich da voll der Noob bin ehrlich gesagt ach ach ich bin gern ich muss auch auf das passende Team drauf an er ist auch aber natürlich ich bin ich aber gern es macht Spaß zu versorgen es macht einfach Spaß wenn man so Patzer hat ich kann man hat man wissenswert zu tun hast du eigentlich ja ich hab 67 ich hab 122 ja dann sollten wir gleich mal eine den Job hoffentlich finden äh das eine Mist ja mach mal gleich oh spuki 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 ganz viele spukis und dann ist mir mal nur die sind zuerst die sind zuerst die Bauern immer so schnell ihre Rüstung und wieder auf bei Nimi fast tot sind vorsichtig die rotzenweit die Prozent sind total ja und dann haben sie viele nur an nur an nur an sie ist auch kaum war nicht versteckt so kommt ordentlich jetzt ist war jetzt hör auf hier so nicht euer Ernst ich habe noch nicht vorliegt gekribbelt krabbeln tot sind k k k k die magischen war hier jetzt noch das wird da war noch eine guckachter eine gute ist dose fast fast oder gar nicht ich will doch nicht hier raus wollte ich auch nicht schau hieß aber ich muss es los schau hieß schau hieß schau hieß schau hieß schau hieß was soll ich scheißen schau ich schießen da tun wir hier höchstens an der wand schau hieß schau hieß schau hieß ich hätte das so gerne mitgekriegt ganz ehrlich ich hätte ich glaube ich hätte dann eben gelingen wir haben die Ebene doch noch überlebt ja nun stellen wir jetzt in den nächsten ja wir haben vielleicht haben auch Glück wir sterben in der nächsten Gegner kommen wir haben ihn schon voll übersehen ja irgendwo so hier weg ähm ich bin mal gespannt nur haben wir den Job übersehen also wir haben nicht alles durch ja aber naja ich will jetzt auch nicht zurück weil nicht dass wir dann doch noch sterben wahrscheinlich deswegen sterben wir halt in der nächsten Ebene bis es ist so ich weiß gar nicht mehr was Bestandteil war Pilze gefressen Johnny Doe boah ja starte mit 100 Leben yeah yeah weiter yeah 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 weiter was da waren wir jetzt äh echte 10 Minuten haben wir noch gebraucht ja fast 11 würde aber ne kurze also das äh das äh ist ja nicht schlimm war dann nochmal ne kurze Runde ich glaub wir haben auch nicht jeden Raum ja da haben wir echt einen ausgelassen na egal hm dann müssen wir uns gerade starten mit 100 Leben hab ich doch schon ne ich mit 50 Leben und plus plus 100 Leben na ich hab nicht so viele Pilze gefressen aber ich brauch da auch nicht so viele weil soll ich Pilze fressen wenn ich die nicht brauch ja ich hab äh viele gebraucht ne 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 also ähm ja tjo hab Angst ehrlich gesagt weil wir haben jetzt voll viel Gold ich hab 98 du hast irgendwas mit über 100 also hier wollen wir natürlich noch nicht rein warum frisst und Pilz ja vielen Dank fürs äh achso fürs zusehen fürs dabei sein äh wir sterben eh gleich also ich weiß nicht ob sich das noch lohnt anzuschauen ich auch nicht ah komm auf jeden Fall sorry für die kurze Runde irgendwo haben wir ein Räumchen übersehen aber naja nicht zwei drei München nach dem Fall vielen Dank bis später Peter tschüss tschüss